So spielt man Rocket League. Nur so! Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier im Kanal. Heute spielen wir Rocket League. Und wir sind uns dann, wenn die Runde gestartet hat. Bis gleich. Hier sind wir auch schon. Wir... sogar mit den selben Gegnern. Aber mit... Ne, ich glaube er ist nicht... Oh doch, 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 jetzt in meinem Team. Gut, mit den selben Gegnern noch mal, noch eine kleinere Woche. Ich hoffe, die nehmen wir genau so auseinander wie eben. Okay, okay, yo, yo, chill, 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 bro, chill. Ja, la, scheiße. Entschuldigung. Das war jetzt nicht so schön. Egal. Das ist nur der Anfang. Wir haben noch fünf Minuten, das passt schon. Ja! Ne, das ist jetzt nicht der... Das war das Inter... Oh, WCF! Das ist schon wieder frech. Ja, das ist nicht frech! Let's go! Oh, komm, 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 komm. Das kriegen wir rein, das kriegen wir... Hey! Also das kriegen wir so, so kriegen wir jetzt definitiv nicht rein. Hä? Digga, will er, ey, wer, wer ist hier? Will er mich jetzt schon, oder wer ist er? Komm! Ja, Mann! So geht das! Nur so und nicht anders. Ja, so macht man das, Leute! So spielt man Rocket Beach. Nur so. Aber egal. Rückkehrt fahren. Okay, chill, bro! Chill! Ja, Leute, so gewinnen man auf jeden Fall 5 zu. Zwei. Ich hab vier Tore gemacht, also... Ja, und jetzt zum Schluss gibt es noch mal 1 gegen 1. Und das seht ihr dann ja. Ich wollte einfach mal gegen 1 gegen 1 spielen. Ich hab noch nie 1 gegen 1 gespielt. Oh no, oh no, nein! Das ist... Ja, gut, okay. GG. Na, GG, GG. Hätte besser aufpassen sollen. Nee, Junge! Junge! Ja, das ist ein Rocket Beach Profi! Ich bin ein Rocket Beach Profi! Ach so! Okay, okay! Wir wissen alle, dass du Profi bist! Nein! Oh mein Gott, nein! Nein, 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 bitte nicht! Bitte nicht, Bro, bitte! Nein! So geht das! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! So geht das! Ja, Leute! Das ist das 3 zu 3! Nein, bitte! Nein! Nein! Das ist doof, das ist ja doof! Ja, okay, schade, 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 schade. Aber Leute, es war ein geiles 1-2-1. Es gab am Ende noch Verlängerung. Ich war definitiv der bessere Spieler. Das wissen wir natürlich alle. Und, Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Es ist ein wunderbarer Rocket Beach Video mit sehr viel Wind. Haben wir eigentlich jede Runde gewonnen außer das 1-2-1? Ich glaube ja. Wenn nein, dann... Das soll ich jetzt eingeländet. Und... Ich habe euch lieb, Leute. Und... Wenn euch das Video gefallen hat... Wie gesagt, positive Bewertung. Kommentar. Like. Abo natürlich. Und... Glocke aktivieren. Damit ihr immer benachtet werdet, wenn ich ein neues Video gemacht habe. Und... Oder live gehe. Auf Hilfe auch auf Twitch. Twitch.tv slash lolomatrix- Ähm... Ja, TikTok könnt ihr mich auch abchecken. Dann, äh... Bis dann. Ciao, Kakao oder so. ... Bis dann!